Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Scribble.io oder I.O. oder könnt ihr euch aussuchen, das ist mir egal. Wieder zusammen mit Philipp, Judith und Marco. Ja, hallo. Hallo. So, und bitte nicht auf den Hintergrund jetzt achten, das ist mir immer noch so peinlich. Das ist ein wunderschönes Bild. Ja, das ist eigentlich ein Foto, ich weiß, aber nee. Das habe ich direkt erkannt. Wunderbar. Aber auch nur, weil ich das bestimmte Thema angeschnitten habe, wahrscheinlich. Ja, ich glaube, ja. Ah, schön. Nee, kann ich nicht. Mhm, mhm, mhm. Jupp. Jupp. Hab's. Toll. Ah. Jetzt auch schon gehabt. Ja. Jetzt habe ich es erkannt. Boah, es sind aber viele rote Zahlen da drauf. Mhm. Ach. Und immer 200, was ist mit euren 200 los? Oder mit euren 20.000, wie man es auch immer macht, weil da ist kein Komma. Ach, ich habe einfach nur hingeschrieben. Ist ein Edelrestaurant, ja? 20.000 Dollar. Nein. Ähm, Euro-Dollar. Geld. Ja, 20.000 Geld. Genau. Obwohl, das muss ja nicht ein Restaurant sein. Das kann ja auch, äh, das kann ja auch eine Hasselblatt sein, die er sich da günstig gekauft hat. Ah, hä? Das sieht aus wie ein Organ. Jetzt nicht mehr. Wenn das jetzt mal alles gerade sein würde, wäre es noch besser. Ja, alles gut. Ich weiß trotzdem nicht, was das ist. Noch oft. Es ist jetzt im Verhältnis ein bisschen groß. Hm, okay, okay. Und dann gibt's jetzt. Ah. Okay. Wie jetzt? Hm, vielleicht... Jetzt gelbe. Guck mal, was ist das gelbe? Ein Ei. Keine Ahnung. Nee. Ähm. Was ist gelb oder rund? Ein Ei gelb? Ich stehe auf dem Schlauch. Keine Ahnung. Oh nein. Tennis Schläger. Dann interessiert mich ja das gelbe nicht. Nein. Aber das gehört dazu. Aber ich hab Tennis geschrieben. Na und? Lass mich. Ja. Kappa. So. Das Dieners. Nein. Nein. Nee. Nee, ist zu lang. Ist auch zu lang. Verdammt. Knie. Bier. Nein. Yay, Marco, super. Was ist das? Ganz simpel denken. Ganz simpel. Nee. Nee, ist das nicht. Echt jetzt? Hä? Echt jetzt? Ja. So sieht auch ein Riss aus. Hm? Ein runder Riss. Hm? Ich weiß es nicht. Ja, wirklich. Ganz, ganz simpel denken. So ist auch das Anfangsblatt. Wenn es leer ist. Ja, okay. Ich hätte einfach das Anfangsblatt gelassen. Ähm. Jetzt gesagt, fertig. Ja, genau. Nee, das wäre gut. Ähm. Wäre zu einfach gewesen. Der wäre doch leer möglich gewesen und so. Nee, nee. Ach. Ja, Mann. Oh, was Rundes. Ja, das kann nur ich sein. Hast du es auch richtig gelesen? Ja. Oder? Ja, doch. Bring mich nicht zum Schwitzen, bitte. So. Ist aber alles noch nicht. Ach ja, hier für Judith extra. Ach ja, hier für Judith. So, ähm. Oder nee, machen wir mal ein bisschen größer. Nur halt in kleiner eigentlich, aber in kleiner ist halt doof zu meinen. In kleiner sind es ja nur so. Sehen die ja so ungefähr aus. Oh Gott. Mit der Mütze Kabel. Oh Gott. Oh Gott, jetzt ist das Wort. Äh. Okay. Aber du hast es. Ja. Ähm. Ja. Dann könnte man hier noch so. Durch das Ohr am Anfang. Meilt man die denn, die Dinger? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man Noten malt. Manu. Dann spielen wir halt hier C und A-Moll. Manu. Oh. Äh. Da wäre ich ja gar nicht draufgekommen. Ich kack voll ab. Ja, ich habe gesagt, eigentlich sind es nicht die Großen, sondern die Kleinen. Ja, toll. Mein Zimmer kommt da drauf. Ja, Philipp hat sie geschafft. Deine war nicht mit Kabel, ne? Also sind es die alten. Ja, na klar. Oh, ob der irgendwelche Läden? Nö. Ja. Ach. Ach. Das ist einfach so. Ertitsch. Nein. Ertitsch hat's. Ähm. das ist wunderschön das ist wunderschön ja Wie jetzt? Das ist doch die Hausnummer, Manu. Hey. Ja? Hoasnummer. Hoasnummer. Ich weiß nicht, ob du das gehst, aber... Ja. Manu, lass mich. Es ist schon früh. Eigentlich gar nicht mal so spät, aber es ist spät. Lass mich. Oh je, oh je. Soll ich denn das mal... So. Fertig. Oh. Jetzt in Vergrößerung, ja? Das ist gut. Oh Mann. Ähm. Super, auch sehr schön. Und da kann man dann auch... Okay, hab's. Ach, du cheatest doch. Na klar. Und es geht um das. Aber gut gezeichnet. Ja, naja. Was soll man daran falsch zeichnen? Also gut, okay. Ich hätte sie nie gekriegt, aber... Ich hätte sie geschafft, sie falsch zu zeichnen. Wahrscheinlich irgendwie in grün oder so. Die liegt dann schon ein bisschen länger. Ja, grüne Butter, schwarz gepunktete Erdbeeren gibt es doch. Gehört zu jedem Frühstück dazu. Genau. Ja, ich müsste jetzt weiß zeichnen, indem wir mal grau dafür. Ja, ja. Mach ich auch immer. Oh. Oh. Das müsste natürlich ein bisschen dicker sein, also... Ja, ja, gut. Denkt man ja, wisst du, worum es geht. Es sind Zähne. Richtig. Oh. Richtig. Ah. Und ganz wesentlich hier. Na, Judith, was ist denn los? Ja, ich weiß auch nicht. Da hast du keine Schmerzen. Was ist denn da? Was ist denn da gar nichts? Ist leer. Genau, genau, genau. Ja. Richtig. Das ist eine sogenannte... Schön, schön. Oh, Mon Amour. Nein, okay. Machen wir mal das hier. Wird nichts mit Mon Amour, das tut mir leid. Also ich habe nicht Leidenschaft genommen, weil ich nicht weiß, wie man die schreiben soll. Äh, malen soll, mein ich. So. Machen wir mal hier so ein bisschen. Jetzt der Rückspiegel. Nein. Diesmal nicht. Es kommt gleich ganz markant. Dann brauche ich auch gar nicht weitermalen. Oh. Eigentlich gerade. So, nehmen wir mal die Farbe. Hallo? Einmal? Ja. Ja, gut. Das könnte man hier noch so ein bisschen... Oh, nee. Mit dem Schliff, bitte. So, dann kann ich ja noch ein bisschen... Ähm, ja, was kann man denn eigentlich noch machen? Das hier, äh, oben... Eine... Das leuchtet denn halt... Oder leuchtet nicht? Eine Figur mal. Eine Figur? Achso, ja, ja, stimmt, stimmt. Ähm... Hier so einer, der da so steht und dann hier so... Uhu! Ja, hallo! Ecke! Ich muss da hin! Achso, denn... Oh Gott. Ja. Aber was macht denn der draußen vor dem Wagen? Naja, das ist halt der Kunde. Ah, ja. Der Taxifahrer ist der Kunde. Okay. Ja, der kann auch der Kunde sein. Mein Gott, Mann, du lass mich. Bis spät. Mindestens einer hat's erraten. Genau. Mein Ziel ist erreicht für heute. Jetzt kann ich ruhigen Gewissens auflegen. Jetzt gehst du? Äh, ja, ich weiß nicht. Oh. Nichts. Ähm. Ist das nicht. Ne, ich wollte schon sagen. Wie jetzt? Halt doch auf. Mann. Frau. Du meinst, das ist gut. Ja, sowas kenne ich nicht. Das ist zwar täglich, aber das kenne ich nicht. Oder gar nicht ganz täglich. Also. Fernsehen. Wer ist am Fernsehen? Manu. Oh, nee. Oh. In Obst sind keine Vitamine drin. Bio ist für mich abweilig. Arnbeerkäse. Ja, genau. Oh, gut. Mein Terrarium. Ja. Ah, nee. Oh. Nein. Das kommt aber nicht zurecht. Was? Hä, was? Nee, nee. Hör doch auf. Hör doch auf. Ich hab's gar nicht erkannt. Ich wusste, dass das kommt. Ah. Nee, aber nee, mit I. Ja, was soll ich denn da jetzt aufmachen? Ähm. Soll irgendwie Golf sein, ne? Ja, genau. Ja. Aber was für Golf? Das ist ja ganz klar. Mini. Mini-Golf. Ich wusste, dass das irgendwas wieder mit Golf ist. Und dann hab ich einfach Mini-Golf hingeschrieben. Kann es sein, dass dein Team-Viewer noch anders julet und dass Marco grad Zugriff hat? Auch du nicht? Mhm. Oh mein Gott, meine ganzen Lackfotos. Nein. Ein Pieck. Ach, äh. Ja. Oh, mit Tee eigentlich. Ach nee, das ist ein... Moment, Moment, Moment. Oh Gott, wie heißt denn das nochmal beim... Nee, nee, beim Fechten. Wie heißt denn das nochmal? Oh Gott. Oh Gott. Ich weiß es gar nicht. Ähm... Oh Gott. Oh Gott. Ja, 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 aber... Ja, ja, Fechten, aber... Oh Gott, ich weiß grad gar nicht, wie man die nennt. Das will ich. Nicht, nee. Okay, da wär ich in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Nee? Nee, absolut nicht. Ich wollte auch erst Fechten schreiben, aber dann dachte ich so, nee, das ist doch ein... ein Teil. Woher wüsst denn du sowas? Oh. Das ist sehr schön, Judith. Ich muss ein bisschen aufholen. Mhm, ich merk schon. Hey, toll, ey. Das ist eigentlich das, was ich immer als erstes schaffe. Mhm. Es ist so, wie ich planke. In der Hoffnung, dass das irgendwann mal kommt. So. Hat geklappt. So, ja, siehst du? Hier dann so... Ach so. Ja. Ja, ich sitze zu spät bei mir. Ach, Fenster. Äh, Fenster. Hätte man noch mal anders malen können. Ja, du hast dein Fenster damals auch so gemalt. Aber hättest du mal anders malen können, ne? Ja, echt, ey. Ich meine, er hätt auch mein Fenster malen können. Äh, das wär ein bisschen größer und ein bisschen länger gewesen. Da wärst du ja schon erst recht nicht drauf gekommen. Was? Ich mach jetzt alles blau. Also in blau. Geht um das hier. Mhm. Nee, es ist zu kurz. Ähm. Ähm. Nee, kann ja nicht sein. Ähm. Äh. Wie jetzt? Nee. Oh, sorry. Das ist sehr gut. Jetzt hab ich's weiß. Ja, genau. Das ist einfach nur... Irgendwas kaputtet. Irgendwas zerrissenet. Hast du schon gesagt. Das hab ich schon geschrieben. Ja. Ja, zerreißen. Mit Schrauben S, verdammt. Hätt man noch anders malen können. Ja, das stimmt. Wirklich. Ein Mann mit dicken Telefonbuch. Ja, oder mit einer Hose. Ja, ist doch eine Hose gewesen. Ja, ja. Ja, ein Mann mit einer Hose. Mit einem Loch im Arsch. Ein Mann mit... Na, ein Loch ist ja kein Riss. Hast du ja schon vorhin richtig festgestellt. Ach, das hatten wir doch schon mal. Echt, ja? Ja. Ja. Hätt ich mir nicht gemeint. Ähm. Nee. War das nicht irgendwie so? Nee, warte mal. Ah, stimmt. Mal noch das Deckweiß dazu. Dann weiß ich's. Ja. So. Ähm. Jetzt. Ähm. Der hieß doch hier Jens Beschissen, wa? Okay Judith, jetzt bringst du mich wieder raus. Entschuldigung. Farbpalette. Ah, alles klar, okay. Okay. War das jemand da raten? Ja, Philipp, glaube ich, ne? Chita. Richtig. Oh. Ach, nee, ist zu kurz. Dann halt. Bäum. Wie jetzt? Nee. Hör doch auf. Alle Cheater. Ah. Nein. Nee, ist, glaube ich, zu lang. Ja. Geht's, oder? Äh, denk mal größer, Mann. Ah, na klar. Ja, Judith, ja? Gleichzeitig. Oh. Ich schreibe, oh, okay. Das kann nur, das kann nur lustig werden. Aha. Ich mal's mal ein bisschen anders. Oh. Das ist jetzt so eigentlich nicht. Oh. Ja, bla, ähm. Hä? Habe ich doch richtig, oder? Ja, 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 ja. Das soll das auch sein. Aber jetzt kommt dann halt gleich das Entscheidende. Also, ja, so, ne? Es tut mir leid. Was? Ach so, nee. Englisch, ne? Hä? Ja. Was? Es tut mir leid. Okay. In der Hand. Tut mir leid. Nee. Nee. Ey, ich könnte jetzt das ganz schwerer nehmen. Nochmal. Das kann man nicht so machen, aber ich hab's jetzt was anderes. Okay. Okay. Ich hab jetzt was anderes. Ich glaub, Judith hat jetzt grad Hunger gekriegt auf dem Hotdog. Nee, halt. Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay. Nasen-Bein-Bruch ist auch sehr schön. Gott, was ist mit mir los? Ich kängel ja nicht schön nach. Upsa. Oh. Ups. Du bist vermalt. Gott, wie, wie, äh, ach so, ist vermalt, okay. Ich wollte gerade versuchen, siamesische Zwillinge zu malen, äh, zu schreiben, aber ich hab keine Ahnung. Ich mach's ein bisschen länger. Ja, 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 ist gut. Deswegen. Also ich zöger's ein bisschen raus. Ähm. Zieh das LP von die Länge. So. Das Auge noch. Warte ich, das hier? Oh. Ja. So. Äh, halt. Ist jetzt, ist jetzt egal. Hm? Hm. Hm. Jo. Nein. Nee, 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 nee. Oh je. Oh je. Oh, was? Ah. Äh. Und dann, oh Gott, das kann... Kannst du das Minus da hinschreiben? Ja, ich glaub ja. Und dann ist... Oh. Ich kann das nicht malen. Ich kann das nicht malen. Entschuldigung. Leute. Ja, ja, alles gut. Ach, ähm. Ach, nee, Moment. Nee, kann ja nicht sein. Das würde ja nicht hinkommen. Entschuldigung. Ich kann das nicht malen. Hilfst du mir noch malen. Ähm, Moment. Das ist aber... Das ist jetzt, glaub ich. Okay, mit N hinten. Das ist doch... Also, das ist aber nicht, also... Das ist aber nicht, also... Ja, aber da hat doch schon fast jemand das geschrieben. Nicht eh. Das ist... Also, hier ist die Straße. So, und das ist ein Auto lang. Und da unter... Oh. Ah, na klar. Okay, okay. Ja, gut. Ey, muss man wirklich dieses Minus da hinschreiben, ey? Ja. Mein Gott, ey. So wird es ja auch richtig geschrieben. Ah. Ausflippen. Ja, siehst du, aber du kannst auch laut tippen. Jetzt hast du... Ja. Brauchst du ja, geh in eine neue Tastatur. Hab ich auf die Tasten gehauen. Oh. Oh, nee, Moment. Das wird anders geschrieben. Das ist richtig. Ja, das ist schon ein richtiges Brot, aber... Ja, ja, aber... Ach. Deutsch vielleicht mit K? Nee. CK. Ah. Ah, jetzt musst du es verraten hier. Ja. Ja, gut, aber ich wäre jetzt auch... Echt, wird das mit CK geschrieben? Wusste ich gar nicht. Ja. Das ist richtig. Das ist richtig. So. Oh. Jetzt wird es richtig schwer. Darauf kommt ihr nie. Wie sie jetzt schon alle reinhauen, weil sie das alle zuerst haben wollen. Ja. Nein. Doch. Nee. Doch. Nein. Nein. Ich mach es mal ein bisschen moderner, ne? Ach so. Judith, kürzer. Doch, kürzer. Ja. Ja, drei Buchstaben, ne? Oh. Hm. Hä? Habe ich doch hingeschrieben. Ja, es ist aber... Nein, das ist aber nicht das, was es ist, sondern... Also, es ist das, was es ist, aber nicht die Marke. Mann, ne Fresse, ey. Ich kann ja nicht Zug draufschreiben. Yay, Mütze, ey. Wo ist die Wolle? Oh. Jetzt ist er jubelig. Ja, ich freu mich, toll. Breville, breville. Oh Gott. Was ist da los heute? Ja gut, okay. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Und freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und weil das jetzt für heute, denke ich mal, die letzte Aufnahme ist, wünschen wir alle Judith gute Besserung. Ja. Danke schön. Gute Besserung. Alles klar. Und danke, dass du dabei warst. Ich bin auch eine Folge. Trotz Erkältung oder wie auch immer. Alles gleiche. Na dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.